Ihr lieben Freunde meines Kanals, willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Wir werden uns heute um das nächste Monster für die 4 Sterne Quests kümmern. Das dringende Monster für die 4 Sterne Quests. Vorher schauen wir uns aber den Hammer nochmal ein bisschen genauer an. Ganz einfach umzugucken, wie der Hammer so drauf ist. Und was haben wir da alles? Wir haben die einfache Kombo. Dann haben wir aufgeladene Seitenhieb-Kombo. Wahrscheinlich muss ich dafür aber die Aufladung auf 3 gehen lassen. Ah ne, ich muss nur kurz einmal aufladen und dann, okay. Das Monster-Betäuben-Kombo. Genau, und dann haben wir ja noch diese. Genau, diese Kombo. Also man kann ja das ja einmal umstellen. Man kann ja... Ah genau, der drehende Knüppel gibt es auch noch. Aber was ich machen wollte war... Genau, dann gibt es der normale Überkopf. Dann kann man aber auch noch umschalten. 1, 2, 3. Genau, und dann macht man halt richtig viel Damage. Ja, ich denke, das sollte uns für den Anfang mit dem Hammer erstmal reichen. Das sind wahrscheinlich noch bei weitem nicht alle Möglichkeiten. Aber ja, äh, Vorsicht. Nicht am Anfang gleich zu viel wollen. So, und was du von mir willst, darum kümmern wir uns nicht heute. Oder? Ach doch, komm, machen wir es schnell. Bevor ich es vergesse. Ich kenne mich ja. Ich vergesse dann wieder alles. Achso, ja, ich gebe einfach nur den Extra-Apfel, weil ich, äh, immer auch schön meine Buddies mitnehme. So, von dir gibt es jetzt die Quest. Genau, der Bisharten. Genau, der Bisharten ist der Zugang zu 4-Sterne-Quests im Dorf. Ja, ich weiß ehrlicherweise nicht, was er uns alles abverlangen wird. Wir probieren es einfach aus, würde ich sagen, oder? Ja, übliche Bestellung. Wie gesagt, ich finde Essen eigentlich eine ganz coole Idee bei Monster Hunter. Ich bin aber jetzt nicht so dieser Exot, der sich jetzt alles genau anschaut. Ich bin aber nicht so dieser Exot, der Bisharten ist, Boah, gemeiner Sack. Ja, Bisharten, Leute, ist ein Monster aus Monster Hunter Rise. Original, nicht Origin. Original Monster aus Monster Hunter Rise. Wir haben noch ein unbekanntes Monster mit auf der Map. Ja, das ist der Bisharten. Noch zwei andere Monster, Azuros und den Azuros noch mit dabei. Und den Petranadon. Sollen uns aber beide nicht interessieren. Wir wollen den Bisharten. Wir wollen natürlich weiterkommen im Spiel. Das ist es, worum es hier geht. Es geht hier ums Weiterkommen. Es geht hier darum, dass wir Vier-Sterne-Quests machen wollen, um langsam auch an die großen Monster ranzukommen. Also ja, Petranadon, Bisharten, das sind schon ganz große Monster. Azuros, eigentlich auch mal ein ganz geiles Monster. Aber jetzt mal eine ehrliche Frage an euch. Macht es jemandem wirklich Spaß, diese Low-Monster zu jagen? Also zu sagen, hey geil, Azuros, dafür werfe ich jetzt Monster Hunter an, um einen Azuros zu handen? Ich glaube nicht, oder? Also meine ganz persönliche Meinung. Kann mich aber auch wie immer täuschen. Und das ist mega geil, sowas zu machen. Da ist er. Ah ja, wirft mit Explosives. Ja, der Hammer hat natürlich eine andere Reichweite als mein Schwert. Oha. Ich mache natürlich mit diesem Überkopfschlag super viel Schaden. Aber sind wir mal ehrlich, da muss das Monster auch eine ganz schöne Weile für stehen bleiben. Boah, er vergiftet mich auch noch. Das ist ja, das ist ja mies. Er vergiftet mich auch noch. Das ist ja echt mies. Boah, jetzt wird er, Guys. Oh, Ekater. Oh, my. Oh? Oh. Oh. Oh, man. Also ihr merkt, was ich meine. Also Hammer ist schon geil. Aber so richtig ranzukommen an das Monster. Aber man macht schon echt gute Kombos, ne? Man macht schon ganz geile Kombos. Deswegen, ja, auch mal einfach eine schöne Sache, mal eine andere Waffe zu nehmen. Nicht immer nur dieselbe Waffe. Wobei die Morph-Ax ist sehr dankbar, wie ich finde. Die Morph-Ax ist schon sehr dankbar. Äh, wohin willst du, mein Kumpel? Ja, ich hätte immer diesen, diesen Drehschlag mal durchbekommen. Oh, das war jetzt nicht schlecht. Aber wir können direkt nochmal ran, ne? Boah, schön ins Gesicht. Ja, ich muss halt näher ran, ne? Aber ja, wow. Also ich muss ja sagen, Hammer ist nicht schlecht. Aber wenn man mal wirklich so ein bisschen das Monster dann... Äh, das Monster dann so ein bisschen in die Bredouille bringt. Dann ist Hammer ja nichts Schlechtes. Also... Aber man muss auch genau dann diese Teile treffen, ne? Das ist halt super wichtig, dass man auch dann wirklich die Teile des Monsters trifft, die man treffen möchte. Nebbis Harten. Also man haut einfach auf daneben. Also die Treffgenauigkeit ist halt nicht so schön, äh, wie bei der Morph-Ax. Aber ich hau schon echt gute Dinger hier mit raus, ne? Also... Ich seh hier so 32 Schaden. Das ist schon nicht übel. Und das Morph-Feld natürlich weg, ne? Also geil, wie Morph-Ax natürlich ist. Ja, ich hab schon gemerkt, dass du den... Dass du das Gebiet wechselst. Ah ja, zum Azurus. Hinsichtlich kann ich jetzt den Azurus, äh, gleich riden. Ah ja, zumal ich den Azurus, äh, gleich riden. Ja, die beiden sind noch nicht in einem Kampf miteinander verwickelt, der haut jetzt aber ab. Ja, die sind noch nicht in einem Kampf. Das war ein schöner Kampf gegen den Bissaden. Oha, oha, jetzt, jetzt, jetzt will er es wissen. Ja, ich muss noch echt langsam mal. Boah, warte mal, Tetranadon. Okay. Oh Gott. Boah, als er, als er einfach abgehauen ist, ne? Kurz bevor ich wirklich so einen geilen Schlag ansetzen konnte. Ja, ich muss aber ganz dringend mal schleifen. Ich bin fast auf, Orange. Sehr gut. Okay, er verzieht sich. Aber ja, Leute, Bissaden, Power. Ist halt ein bisschen blöd, dass ich da manchmal so lange rumstehe und gar nichts mache. Und er dann übelst zum Schlag ausholen kann. Ich meine, wir wissen ja eh, dass ich später wieder mit Schwert und Schild, also nicht mit Schwert und Schild, sondern, ähm... Mit der Energie... Wie heißt das Ding nochmal auf Deutsch eigentlich? Also diese aufladbare Schwert-Schild-Kombo. Ich will auf deinen blöden Schwengel da hinten draufhauen. Das ist mein Traum eigentlich. Aber ich werde mal die Energie nochmal wechseln. Alter, komm schon. Oh Gott, er ist... Ja, man hör doch auf, zuzuschlagen. Er ist doch ready. Oh, das war jetzt wieder ein Name. Kennt ihr diesen Monster-Hunter-Moment, wenn ihr in der Animation gefangen seid, währenddessen das Monster sogar ganz kurz, äh... Ja, mega angreifbar ist. Ich hasse sowas. Ja, das ist ein übelster Monster-Hunter-Moment. Boah, schön rein ins Face. 73, sehr geil. Zwei Mal bin ich ihm voll ausgewichen, ne? Oh, das ist so geil. Jetzt. Oh, wie's hat denn, ey? Oh, wie's hat denn, ist eigentlich schon kaputt. Wie's hat denn, ist kaputt. Oh, wie's hat denn, ist noch Material? Oh, nö. Ja, okay, er geht jetzt in die Elf hoch. Wenn ich ihn da ein bisschen liegen lasse, dass er in den Schlaf-Modus geht, kann ich ihm wirklich richtig eins reinhauen. Mal gespannt, ob ich das hinkriege oder ob ich das jetzt verkack. Wir werden es gleich feststellen, Leute. Das ist super spannend. So, da ist der Tetra. Aber der kann Tetra sein und bleiben. Wir wollen ja Bees harten. Ich glaube, dann auf dem nächsten Level kommen dann auch endlich Rathalos, Rathian, diese ganzen Klasse-Monster. Das ist immer total weird. In Monster Hunter Stories 2, übelst Freund mit Rathalos. Und bei, äh, einem regulären Monster Hunter, äh, hassen wir den einfach. Boah, schön, 132 Schaden. Hätte ein bisschen mehr sein können. Hätte mehr rausholen können. Wenn ich einen Millimeter näher dran gestanden, auf die ersten Treffer gezählt hätte. Und da ist er weg. Yes, da ist der Bees harten erledigt. Ja, also ging doch mit dem Hammer ziemlich gut. Schöne Hammerrunde. Schönen Waffenwechsel. Muss auch mal sein zwischendurch. Einfach mal was anderes ausprobieren. Nicht immer nur das gleiche machen. Oh, davon brauche ich noch eine von diesen Pflanzen. Weiß nicht, ob ich die alle hier oben finde. Ich glaube, nächste Runde müsse dann auch der Großyagi kommen. Der kam ja im Monster Hunter 3 total schnell. Und im Monster... In der rauffolgenden Monster Hunter Teilen kommt der immer recht spät. Also deutlich erst im mittleren Bereich. Ja, ganz viel bizarten Stuff. Oh, Rüstkugeln Plus kriege ich schon. Sehr geil. Das ist ja ganz geil, ne? Hey, Yuga. Toll, wie du die dringende Quest gemeistert hast. Du hast es dem alten Hammer ermöglicht, sein Dingsbums fertigzustellen. Zieh es dir bei Gelegenheit mal an. Lauf noch nicht weg. Ich habe noch mehr gute Nachrichten. Du kannst nur ein Vier-Sterne-Quest annehmen. Ja, geil. So, Vier-Sterne. Ja, ja, ja. Komm, gib mal her hier. Genau, Vier-Sterne. Oh, Somnarkand, Bariot, Rathian, Tobi-Kadachi, Volvidon, Basarios, Bisharten. Haben wir schon gemacht. Pukei, Pukei haben wir dabei. Oh, sehr geil. Schöne Quests. Ah, frohe Kündemeister, Yuga. Ah ja, aktuell besondere Objekte vorrätig. Oh ja, Beruhigungsbomben hat er. Da können wir echt mal ein paar Stück von kaufen. Eigentlich mal, schön mal 30 Stück von kaufen. Fallengeräte können wir auch, ist der auch reduziert, können wir auch eigentlich mal 30 Stück von kaufen. Um auch langsam mal Monster zu fangen, nicht immer nur Monster zu töten. Oh, große Fassbomben. Oh ja, da können wir aber wirklich mal reinhauen. Können wir auch mal 30 Stück von kaufen. So, noch gemacht. Ah ja, Dracheniderz, Großizutschi-Haut. Genau, perfekt. Ah ja, und es gibt wieder neue Zutaten, frei zu spielen. Ich habe einen langen Ausdruck gemacht, um Dango-Zutaten zu kaufen und habe es vor der Dämmerung nicht mehr zurückgeschafft. Also bin ich allein durch so düstere Höhlen gelaufen. Und ich hatte dabei so ein richtig mulmiges Gefühl beschlichen. Und plötzlich habe ich diese Schreie gehört. Etwa Und ja, das hat mich wirklich zu Tode erschreckt. Ich habe Panik bekommen, bin so schnell, ich konnte nach Hause gerannt. Ah ja. Ah ja, Zutaten-Rettungsmissionen wieder. Genau, haben wir auch noch eine dabei. Sehr schön. Äh, ich weiß, ich überspringe viele Texte, aber ganz ehrlich. Es ist ja meistens wirklich nur, ja, alles so ein bisschen Überbrückung zu dem, was wir eigentlich hier an Story-Missionen haben. Oh, ich kann die Bisharten-Waffe herstellen. Äh, den Bisharten-Baum kann ich theoretisch herstellen. Hm. Kein Element drauf, aber halt recht gut Schaden, ne? Also Maximum an Schaden, aber kein Element drauf. Hm. Ah, da muss ich jetzt auch die erste Variante der König-Ludrop-Waffe herstellen. Boah, wobei, das ist ja nicht schlecht. Und zwar noch ein Wasserelementar mit drauf. Und 100 Angriff. Ist eigentlich nicht schlecht. Ich meine, für ein bisschen, für ein bisschen Loot-Rod. Also echt, Loot-Rod können wir doch eigentlich jetzt mal schnell, Loot-Rod können wir doch eigentlich richtig schnell erjagen. Loot-Rod geht ja richtig schnell. Hi. Hi. Welcome. Und Hydrohaut. Das heißt, dafür muss ich normale Lootrods erledigen für die Hydrohaut. Darf man nämlich nicht vergessen. Da ist er. Boah, schön ins Gesicht. Na, ich will mal gucken, dass ich seinen Schweif mal abkenne. Das habe ich ja beim letzten Mal leider nicht geschafft. Die Frage ist, geht das überhaupt mit dem Hammer? Ja, die Frage so ein bisschen. Dann Ist ja die Frage, geht das überhaupt mit dem Hammer? Ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer, das hier anzuvisieren. Okay, komm, wir geben das auf. Also, das mit dem Spengel, dem Schweif. Ist halt nicht so einfach einzuschätzen, wie das hier mit der Entfernung zum Monster immer ist. Also, sehr ich den Hammer mag, aber bei so... Also, Hüpfidele-Monstern ist der Hammer natürlich auch so ein bisschen sehr schwerlebig. Man braucht ja später sowieso mehrere Waffen. Also, mit einer Waffe kommt man ja sowieso... Also, ja, man kann schon recht weit mit nur einer Waffe kommen. Aber man braucht im Endeffekt mehrere. Also, mit einer Waffe kommt man ja sowieso. Boah, diese Waffe, ne, ist zu gut einfach. Was schleifen müsste ich jetzt langsam mal. Oh, wir hauen hier aber auch echt gut eine rein, ey. Ja, jetzt muss ich echt langsam schleifen, erste Hilfe nehmen. Der kann dann von mir aus auch gerne ein bisschen sich zurückziehen. Okay, dann eh noch Hygore-Haut. Okay, dann geht's. Okay, dann geht's. Be careful! We are good careful. Es ist echt manchmal schwer, diese drei Aufladungen hinzubekommen. Ja, okay, wir machen es anders. Um ein bisschen Schaden überhaupt auszuteilen. Okay, er zieht sich zurück. Ich hoffe, er geht dahin, wo auch die anderen sind, dass ich da noch ein paar von denen mitnehmen kann. Für die Hydro-Haut, die ich halt brauche. Ja, da sind sie. Ja, ja, macht, was ihr wollt. Ich will trotzdem Hydro-Haut haben. Ich werde das nehmen. Ich werde das nehmen. Ah, hier gibt es nur Hydro-Lederhaut. Ich werde das kaufen. Okay. Was ist das? Na, endlich! Naja, war jetzt auch nicht gerade der beste Treffer. Wow, der war richtig schön. Also einige schöne Treffer lande ich ja hier. Auch einige ziemlich wackl. Oh, wie lange lebt der denn noch? Ich wollte schon sagen. Hier kommt der messy part. Ich trage es, kriege ich Hydro Haut überhaupt so? Das werden wir gleich sehen in der Quest-Belohnung. Ob es ein bisschen Hydro Haut gibt. Immer noch einige Teile dieser Map nicht mal erkundet. Das seh ich gerade. Das möchte ich aber meinen. Nee, keine Hydro Lederhaut. Äh, keine Hydro Haut. Muss ich mal schauen, wo ich die herkriege. Das muss ich dann nochmal schauen. Wo bekomme ich, äh, Hydro Haut her? Weil dann kann ich mich eben wirklich... Kann ich mich dann wirklich den, äh... Den, genau, den Ludroff Baum... Ach doch, ach, das ist doch Hydro Lederhaut war es gewesen. Okay, als Basis brauche ich den Knochenbaum. Ja, die nehme ich auch mal mit. Äh, verstärken. Radalefähigkeit. So, Leute. Na, ist doch geil. Ja, einiges erreicht in dieser Folge. Wir sind jetzt bei 4 Sterne Quests. Ich finde den Hammer megamäßig geil. Und damit würde ich sagen, beende ich diese Aufnahme. Äh, freue mich, wie man das hier eingeschaltet hat. Bedanke mich recht herzlich für euren Support und für eure Treue. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde Monster Hunter Rise. Hier bei mir auf dem Kanal. Vielen Dank, haut rein, gab es euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bebe, euer Hyuga.